hallo liebe leute hier ist mal wieder jack das röppchen ja von reflection ep3 ja heute machen wir mal wieder ein video ein kleines pvp event so ein kleines wie ihr schon seht wurden auch schon mal die regeln freigegeben unter anderem auch ein semi final spring plant plus boss blackie also das heißt im endeffekt sind zwei leute die namen wurden im endeffekt einfach nur zusammengewürfelt das gute ist mich sieht gerade keiner ich liebe dieses bike aber ich habe auch drei gäste hier bei mir einmal obwohl warum sage ich eigentlich einmal stellt euch selber vor hallo hallo ja toll ihr sollt euch vorstellen und einfach nur hallo sagen menschen ich bin der lukas in game der ritter so lucky lucky punch aber der dieser dieser komische ritter hier dieser hier ja ich bin der tgm pommeluf der hier schmeißt ja beste name beste name pommeluf ich weiß nicht was das pet jetzt hier zu suchen hat aber gut beste name pommeluf erinnert doch irgendwie an pokémon oder ja und die tarn wäre besser gewesen wegen bemmeln naja besser pommeluf als bemmeluf ne aber 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 bevor ihr jetzt weiter redet ich bin der kevin ich bin die kranke schwester die erste runde das erste halb finale geht los genau dann meine null weg ist genau ich starte ich jetzt ja dann haben wir halt zwei nullen hier so mal gucken wer gewinnt fangen wir mal ein bisschen mit dem bike rum, mal gucken das bike sieht man übrigens echt? Hammer alles gut auf welchen holen die denn ein? äh, gute frage wir haben gerade die Cleary ist tot das match ist entschieden also pvp plant und spring have win das hat sogar gereimt, Hammer hat, oder? ja, ich muss ja persönliche Kommentare ja auch so vorlassen kannst du gerne dementsprechend äußern ich gehe mal davon aus, dass die Leute dementsprechend auch ihre eigenen Kommentare äußern und von daher, solange es nicht so weit unter die Gültlinie gehen, dürfte es funktionieren hey bitte, wenn du meinen Namen hörst und vom Lucky, dann nimm kranker Lucky ich kann nur soviel sagen, äh, ich hab da grad zugeguckt, aber auch gesehen, was die heidi an Damage gefressen hat, die Cleary, der meiste Damage kam von spring und die Blend nennt sie hier einfach pvp ja gut ja, Blend ist der beste, von hinten ne, spaß, jeder Spieler ist hier gut, jeder hat seine Vor- und Nachteile ich muss mal ganz kurz was testen okay, passt genau, die kranken Sylvester ist auch ne Cleary hei, 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 hei so, nächster fight bitte was krankes, look, ist absolut teen, okay hei, hei, hei also, es wird auf jeden Fall sehr interessant, es sind einige Gruppen hier zusammengekommen und jetzt tun wir mal gucken, was der nächste fight zählt na, warte mit der Null wir gehen erstmal auf absolut, oder? genau, warte mal mit der Null, der Pummelow steht immer noch hier drin ich weiß, ich stehe die ganze Zeit hier, ich muss ja irgendwie das war ein Joke, ich wollte bittig sein ach so, ich gehe jetzt schon weg Moment noch mal die Lollipops nachfüllen ja, aber die steht alles soweit ja, guck mal, absolut, ich wollte direkt kuscheln hier na komm, ja, ja ich wäre soweit ja, die mögen, die mögen das kuscheln all ready, ready, sir gentlemen wer ist jetzt, jetzt steht noch auf die rechte Seite wer gewinnt, wer gewinnt was denkt ihr, schreibt's in die Kommentare also ich sag, es geht unentschieden aus, ha 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 man bin ich gut normalerweise würde ich dich nur so lange durchdrücken bis ich da viel reißen habe, aber das hab ich ein bisschen übertrieben ich hoffe, man hört mich ziemlich gut absolutes Tod ist das Hetze dran schuld und DIN ist halt Donuts solid aber DIN macht doch gar nichts ich muss leider, ich muss jetzt mal eins sagen DIN hat selber schuld der hat glaube ich jetzt erst dich angesehen als kranke Schwester der hat vorher mich die ganze Zeit eingegriffen und DIN ist auch dort okay, dann haben wir unser Sieger unsere kleine Schwester unsere kleine Schwester namens Kevin Alter, ich hab grad voll den Adrenalin-Push gekriegt und unser Lucky die haben sogar Karon auf mich gehauen ja so ist das, ne mit allen Möglichkeiten, ne ich muss einmal ganz kurz hier, ich schreib mir das ja alles auf genau, schreib dir mal alles auf dann brauch ich es mir nicht selber aufzuschreiben tu mir mal kurz was, dann mach ich noch mehr Damage so so, also das PvP-Events wird sehr 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 spannend ey, ich hab grad voll den P- den, 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 den Adrenalin-Push gekriegt weil ich fast draufgegangen bin du hast doppel Damage draufgegangen, ne? war richtig so, wir haben den Instant-Down gehauen war auf jeden Fall ein spannender Fight also wenn wir gegen Absu machen müssen ja, gegen wen haben wir denn jetzt gerade Bauch gegen Dean und Absolut achso, gegen wen müssen wir denn dann? das ist so die Hauptfrage gegen wen müsst ihr jetzt? das entscheidet unser Pummeloff ey, ich will ja keine Werbung machen, ne aber X-Factory möchte die DDCS wollen äh, gut er hat sich ausgelockt, ich wollte nämlich grad sagen ich hätte sonst mal das Bückstück einfach mal kurz, ne drück zum Spawn-Flügeln müssen, aber gut ja, man sieht schon, die machen sich schon die machen sich schon äh, der Boss ist hier der hat sich grad wieder eingelockt ja, ja, ich bin schon drin ja, du weißt schon wer der Boss ist, oder? genau, der Boss, den sieht man bei dir der steht nämlich vor dir das ist der Typ in Rot mit den langen Flügeln der Boss ist hier, ist Bückstück Bückstück ja, ich weiß das war's ja nicht da siehst du einfach nur die ganze Zeit dein Bike durch die Gegend packt ich seh's noch nichtmals, das bist aber bloß du der das sieht, weil du hast äh ja, stimmt ja, hab ich ja extra gemacht, ich achte ja auch die ganze Zeit drauf ich hab mich eben bei den ersten Kampf mit Abso quer durchgeklickt mit seinem Spring wegen äh, Cube ja, ich bin Arena sooo, jetzt wird's spannend jetzt wird's spannend ich guck wieder auf der Clary, mal gucken wie schnell ach ja, ich wollt grad sagen, Abso noch mal Abso hat's ja mit Spring eben gewonnen, okay, ist ja egal so Gucken wir mal, wer gewinnt und wie schnell geht die Clary down ich schätz mir die Clary fällt aber für sieben Sekunden ich geh mal davon aus, dass die Clary gleich einen Stone bekommt ich weiß nicht, ob das jetzt gerade in der Regel festgehalten worden ist ich weiß nicht, ob das jetzt gerade in der Regel festgehalten worden ist ja, ja, Anti-Stone äh, Stone und Stun und Silence wurden verboten außer Stunshot, Stunshot ist erlaubt ja gut, dann hat er im Ende, ja gut Dean hat ja keinen Stunshot Dean ist ja Ex-Ranger oh, wir waren zwar nur zu viel auch da war zu viel Nullen eine davon bist du und schon tot ins na nicht mal 5 Sekunden da hat der Dean aber richtig Schaden rausgehauen mit den ersten 2 Skills über 100k ja, ich hätt nicht gedacht dass ein Ex-Ranger so ein Don't Damage raushauen kann, ganz ehrlich das waren 60k mit Einsprung wie gesagt, ich kann's mir wiederholen ich bin nicht davon ausgegangen dass Dean mit Ex-Ranger so ein Damage raushaut und da heißt es immer Ex-Ranger sind für'n Arsch frage ich mich warum die Spine wäre davon so falsch redest du gerade mit uns oder redest mit deiner Aufnahmen ich rede grad mit euch und mit und mit den Leuten, die das Video dann im Nachhinein sehen sei ruhig dann also wenn, also wenn die Zuschauer hier denken dass Ex-Ranger nicht stark ist kommt auf meinen Server macht den Ex-Ranger check das aus Hashtag Ex-Ranger so gehen wir mal wieder rein versuchen wir's noch mal gegen die noch mal naja, achso, wir sind ja diesmal blend und spring ey, warte mal, ich muss mich jetzt noch mal buffen ist das jetzt die Endrunde? Ja, das ist das Finale dann streng wir uns mal ein bisschen an Platz 3 kann ich mir schon mal reinschreiben bisschen streng wir uns jetzt mal an, oder? Platz 3 sind nämlich Abso und Dean krieg ne freundlichen Händebruch so ähm auf wem soll ich zuerst Dings drücken? Wache Honda Hornbides erstes Spring weg weil Blender ist schlecht sorry aber er ist schlecht Moment, ich geb dir Buff bin ich ready jetzt bin ich ready jetzt bin ich ready nach dem Kampf, wenn das so ein Senders will ich nur was erwähnen aber das sprach ich mir bis dahin auf, das hat nämlich keiner gemacht und das war ziemlich doof, dass ich es nicht gemacht habe ähm so, alle bereit dann, jetzt kommt das große Finale ja, das große Finale gibt mir mal Barrier jetzt Slend Spring und Sir Lucky und Schwester kann er nicht angreifen in Spring kann man nicht angreifen da ist zu viel weg Spring steht im Bug drin ja, Blend ist aber tot ja, der hat glaube ich alleine auch keine Chance gehabt jetzt kann ich ihn angreifen und den falschen hat er reingehauen zack 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 und Spring ist ja, das Stunshot kommt ab und zu durch jetzt rennt er für seinen Medi wo ist er denn hin? boah, der war außen Radar ja, er will halt nicht sterben, ne? ja, und er ist alter, der ist rausgerannt, Mann ja, er ist rausgerannt normalerweise und jetzt rennt er nur weg normalerweise wäre er jetzt disqualifiziert und somit haben wir dafür gibt's erstmal ne Demütigung wir haben einen Sieger yeah, yeah, wir haben einen Sieger ja, wir haben einen Sieger xFactory den Daumen runter kriegen sie den Daumen runter von Ritter ja, genau, also also, Zuschauer wenn ihr das sieht hashtag spring daumen runter weiß der bescheid so kommt dann jetzt noch ein anderes oder oder endet es jetzt hier mit also ich würde das pvp event damit abschließen und würde sie dann schreibe ich mir auf erster platz weiter platz und so weiter die trugzeit für springen weil blend rausgelaufen ist spring ist rausgerannt es tut mir leid für blend das spring rausgelaufen ist ist somit automatisch auf den letzten platz gelandet das heißt blackie und boston noch auf erzeugen wir kriegen ein feuerwerk so und jetzt machen wir es ganz einfach machen wir jetzt einfach nochmal so ein kurzes kurzes spawn event kann ich gerne machen ja ich will erstmal mein wiki und titel und so titel müsst ihr euch beim puppen los holen ach ne da kann das Prairie 100 Witcher 3 einmal die heizungen machen da kotz warse nachkampfen und die aufnahme ist gestopt das wort man den titel der beste titel aber auch sonst nur hin ein gut ihr lieben zuschauer so das video endet jetzt ich lade das dann hoch und ich hoffe dass ganz viele likes da eventuell auch ein abo je nachdem wie ihr das video fandet und wenn ihr lust habt in dem video mal dabei zu sein im pwp event oder allgemein mit unserem labern zum beispiel mts kommt aber auf den server www.reflectionlc.com ich werde auch noch mal gestreiten und damit würde ich jetzt mal sagen tschüss oder was denkt ihr so tschau 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 mit öhhhh we see yous bye bye äh holt ihr mich mal aus ok bitte und tschüss